E-Mobilität wird auf der Automobil großgeschrieben. Wer sich über Elektromobilität grundlegend informieren möchte, kann sein Wissen bei einem geführten Themenrundgang auf der Automobil vergrößern. Der umweltschonende Antrieb ist im Kommen und das merkt man beim Weg durch die Hallen der Automobil deutlich. Fast jeder Aussteller hat inzwischen ein Fahrzeug mit alternativen Antrieb im Angebot. Angefangen beim E-Transporter Renault Kangoo, über den Smart bis hin zur E-Limousine der Marke Tesla, deren Styling so manches Herz höher schlagen lässt. Das erste Serien-Elektrofahrzeug von Volkswagen ist ebenfalls mit dabei, der e-Up. Ford präsentiert den komplett elektrisch angetriebenen Ford Focus Electric. Der neue BMW i3 zeigt, was sich der bayerische Autobauer zum Elektroantrieb einfallen gelassen hat. Opel zeigt mit dem Ampera, einem Vorreiter der Elektromobilität, was die Rüsselsheimer auf diesem Sektor zu bieten haben. Zum E-Mobil gehört aber auch die E-Tankstelle. Und natürlich kann man auch die auf der Automobil ausprobieren, bei einer Testfahrt mit einem Elektromobil. Freiburger Messe TV Freiburger Messe TV Immer aktuell informiert